Was ist die Sorge um den Bestand, zehn Strategien für eine Architektur? Für die Architektur ist eine Ausstellung des Bund Deutscher Architekten, BDA, die hier im DATS in Berlin ihre Reise beginnt. Es ist eine dreifache Sorge, ein dreifaches Sorge tragen. Erstens das Sorge tragen für den Bestand unseres Planeten. Wie können wir auf diesem Planeten weiter zusammenleben angesichts von Klimawandel, Artensterben und dem Überschreiten anderer planetarischer Grenzen? Wie können wir diesen Planeten weiter bewohnen? Und zweitens das Sorge tragen für den Baubestand, für den Wohnungsbestand. Wie können wir den ertüchtigen? Es geht dabei einerseits um die graue Energie, die im Bestand drin ist, aber es geht auch um die sozialen Bedingungen, dass sozusagen das Miteinander, die eingeschriebenen Nachbarschaften und so weiter, die im Bestand drin sind, die wir auch wertschätzen sollten. Und auch um Stadtkerne, die wieder revitalisiert werden und mit denen man weiterbauen muss. Und drittens geht es auch um die Sorge, um den Berufsstand. Was machen Architektinnen eigentlich, wenn alles gebaut ist? Können sie ihren Auftraggeberinnen auch sagen, brauchen wir das überhaupt? Oder können wir nicht irgendwas umnutzen? Auch das sind Fragen, die uns hier beschäftigen. Dafür haben wir zehn Teams von Architektinnen und Urbanistinnen gefragt, dass sie sich Strategien überlegen, wie man damit umgehen kann. Und diese Strategien sind hier in der Ausstellung erfahrbar und außerdem in diesem Buch nachlesbar. Herzlich willkommen und viel Spaß.